Ein Wahnsinnsausblick über Henneput, der Eddy steht hier völlig tiefenentspannt an der Kante. Der ist am Block aus Nürnberg und drei Autofahrer dabei. Die haben mehr Anzahl als der Springer. Und wie viel Spaß dieses Bunchy Jumping macht, das können Sie gleich sehen. Der Eddy behalten sich gerade vor, die Gonne ist ausgerechselt, wir schauen wieder Richtung Köln. Die Tür wird aufgemacht und dann können wir gleich gemeinsam runterzählen. Drei, zwei, eins, und schau! Wenn Sie jemanden schreien, hört, das ist Eddy und das hört sich so an, als wenn das Spaß machen würde. Drei, zwei, eins, und schau! Drei, zwei, eins, und schau! Eddie ist schon wieder unten und wir sind gut vor der Landung. Das Signal sieht gut aus, Eddie. Kannst du das empfehlen? Ja. Er sagt absolut perfekt. Das können auch Sie haben. So 35 Euro der Einzelsprung. Jetzt einzeln, jetzt anmelden. Hier, heute und morgen, auf den Startlisten, Henneth, Powered by Abgrundtief. Ja. Ich erhalte. Ich erhalte. Ich erhalte.